Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mutant Here Zero, Woe to Eden. Mann, 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 komplizierter, ob ich den niemals hinkriege. Ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir nähern uns der Arsche. Wow, warte, warte. Da sind Gegner. Ich habe zwei Ghouls, die da drüben sind. Ich glaube, sie wollen einen Rettung auf unserem Elevator schicken. Vergiss das. Let's sneak around and see if there's any others. Box opens, we go in the box, box goes in the ark, we take their food, we take their guns. Was? Die Waffe ist scheiße. Ich muss die Waffe austauschen. Die Waffe ist gut, um Deckung wegzupacken. Blast, äh, wegzuschießen. Aber das war's aber auch schon. Nein, ich hoffe, nicht auf der grünen. Nein, 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 nein. Schrauben Sie noch mehr. Okay. Überraschung. Ähm, warte, warte, warte. Ich brauche einen zum Nachladen und dann einen, um ihn zu erschießen. Kann ich denn irgendwie überwachen? Scheiße. Ähm. Wie kann ich denn kritischer Treffer? Nein, wieso gehst du jetzt da hin? Ah, mit X. Alles klar. Ah, da hat er einen Shotgun, okay. Da kommt noch einer. Kann man dann hier in Deckung gehen. Oder hier hin. Nachladen. Warte mal, kann ich denn auf den Schießen? Außer Reichweite, okay. Ja, kriegst du eine Granate. Kannst du jetzt spielen. Ähm, nachladen. Dann möchte ich bitte, dass du... hier in Deckung gehst. Lieber Dax. Da hast du noch einen Gegner. Da rechts. Ich hab's gerade gesehen. Wie kann der mich hinter der Deckung treffen? Da ist noch ein Gegner. Oh, dann schießen wir den jetzt mal hier. So, voll. Da, da ist noch einer. Da. Ach. Da. Da, da, da. Da, 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 da. Ja, da, da. und die gesamten erscheint Prozent nachladen schießen WTF das ging ja völlig daneben außer Reichweite ok kommt den einen werden wir immer noch hinkriegen oder keine Trefferchance der Stuckert verblutet er ok näherte ich ihm verwendet ein Medikett und man sagt ok na gut wir sollten den jetzt aber wieso ist der die ganze zeit außer Reichweite ich stelle mich jetzt mal direkt vor dem hin schießt den mit die Fresser ey oh level up notiz von stalker klar was war eine schande für dieses ding wort würde uns delta garantiert den erwähnen ok sieht so aus in den schrottruinen westlich der eisenschlange liegt ein funktionierender Funkenautomat mit diesem gerät werden früher gegenstände zusammengebrannt ok oder so aber natürlich hat jeder gottverdammte silberstoffe mit einem gewaltigen Hagen dieser Fluchtung in der Ruine haben uns fragt ob wir das ok eröffnen eröffnen ok 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 es sieht so mega gut aus ok geiles spiel alt alt vorderen visier größere waffen zielfernrohr alles können wir alles in der bastelgrube woher woher war noch ein drittes da ist es da ist es da ist sogar noch was cool aufhört ich habe vergessen die timer anzumachen ok wir stehen wir sind so bei 5 Minuten das ist eine grüne kiste ihr kennt das ja looten und leveln cool stalkerweste rüstung objekt nehmen dann mhm c kann ich die denn auch bei dem anlegen Inventar ja die kann ich auch tatsächlich bei dem oh schade sieht man nicht oder doch hat man gesehen da ist er cool guckt man da nicht drauf wie das spiel heißt aha xcom xcom war das genau was ja auch noch so im prinzip läuft aber wo ich mit gar mit gar nicht klarkomme ich hatte jetzt mal eine demo angespielt aber erforderzonen schlüssel ok ich glaube ansonsten ist ja nichts mehr ich glaube wir müssen hier rein also bis jetzt macht es spaß was was das ist das das diese das das in Everyone in the Ark knows Hammond, respects him He's our lead, Gearhead Going farther into the zone than anybody else Bringing back the machines that help us survive He knows how to keep those machines running How to fix them when they fall apart Hammond keeps the Ark's heart beating The Elder says three nights ago Hammond took his team of Stalkers and headed north Not telling anyone why They haven't come back I've never seen the Elder this shaken before It scares me Nein, er hat Angst He tells us, Hammond has a remote cabin in the north That could yield some clues to his location Me and Ducks never patrol that far before But the Elder is the effort to do He believes in us So, this mission we accept Go to Hammond's cabin Search for clues Then find Hammond and bring him back alive The fate of the Ark depends on it Okay Sollten wir hinkriegen Zum Überspringen halten Nein, ich möchte jetzt nicht überspringen Markiere Gegner mit Leuchtsignalen, um sie leichter zu treffen Okay Hammond's Hütte durchsuchen Oh, ich habe eine Schifffahrt freigeschaltet Neuer Schauplatz entdeckt Die Arsche Okay Die Zone Deltas Bastelgrube Das kümmert unsere Waffen ein bisschen Upgraden Wollen wir wissen, wie das runtergeht? Für den richtigen Preis Ich habe eine Veränderung Deine Schifffahrt verabschieden Zurück Zurück Schadensmodule Zurück Okay Streukanone Beides nicht verfügbar Alles klar Upgrades Lautlos Okay Stecher Okay So, was haben wir hier? Ripa Spa Prips Ich muss ich eh Okay Artefakt Schlägertyp Ein Artefaktpunkt verfügbar ich bin im laufe es ist ein bisschen klein gerade zum lesen doch ein bisschen weit weg sitze vom monitor ich bin im laufe der jahre eine menge ich habe im laufe hier in der bar und draußen der zone seid als konnte google mit meinem bloßen arsch packen ihr wollt verraten ich ein paar meine geheimnisse könnt ihr euch schaltet ein zusätzliches im granatenslot gewährt okay kommen wir mit das hier fähigkeit verhältnis schaltet danke so der älteste das ist ein bisschen klein deswegen ich dachte dass tatsächlich dass die stalkers müssen unbeliebt sind weil die scheint mir ganz verliebt zu sein die da ganz oben hängt sieht aus wie aus okay was haben wir denn hier alles wir haben 115 schrott okay okay gut zu wissen hier kann man waffen kaufen dann haben wir ja der älteste pippa ist zurück zur zone hämmons hütte bist du sicher ist man starten und reisen zu hämmons hütte ja klar ich hoffe dass der gesamte dient in ihr okay schrott dient als währung okay das habe ich schon fast gedacht gerade das habe ich mir schon fast gedacht happy ending happy ending er möchte ein happy ending er hat übrigens gleich noch mal ein bisschen pokémon aufnehmen stufe 5 sohn und unter bewegt sich what the fuck der bewegt sich krass ähm schieße das ist ja hässlich x x aber ich darf ja ja jetzt jetzt geht es los die ganze abzug da bist du hässlich oder noch ein ganz guter mensch Da ist noch einer. Aber bis der hier ist, wollte ich gerade sagen. Du darfst ihn mal erschießen hier, aber wenn ich gerade nicht sehe. Das war großartig. So. Schließen. X. Schöne Nacht. Du bist nicht so schlecht für einen Neubi. Hey Leute, komm hier. Ich bin jetzt noch mal geklappt, dass ich ihn von mir machen kann. Zuhörige von ihnen sind hier draußen. Alle aus Gäste, in der Wälder sind gemächt? Alles voll mit Geistern, schwebend und kalt. Hör mal zumeis. Hör mal zu viel. Ich würde tatsächlich gerne Battlefield und Rainbow spielen. Das Problem ist, dass die Routereinstellungen hier von meiner Unterkunft, von meiner Ferienwohnung, das nicht zulassen. Ich habe zwar hier saugutes Internet, also eine 60-Mbit-Leitung. Aber die Routereinstellungen lassen das nicht zu. Oh, ich kann auch zum Beispiel nicht auf den Dienstplan von meiner Firma zugreifen. So. Was ist das denn? Ja, ich weiß, dass da die Hütte ist, aber ich möchte gerne noch vorher mal hier alles absehen. Seht ihr da, da ist nämlich noch was. Das ist ein Google Schamara da. Oh, okay. Perfektetekung. Okay. Ah, es ist noch einer da hinten. Oh, okay. was zum teufel der haut ab schabernhof scheiße okay das überlebt man nicht ich wusste nicht dass der ich wusste nicht dass der verstärkungen ruft die waren nicht fertig aber da sind noch drei das noch einer auf folgendes wie kann ich noch mal das wird erst mal entdeckung gehen den erschießen ach ich kann ich muss nachladen ähm den erschießen oh mann er hätte ich das gewusst hätte ich den schamanen instant getötet ja der wird jetzt das ist auch normal machen ich hab jetzt vier gegner das schaffe ich nicht das schaffe ich nicht ich muss noch nachladen geil was müssen wir noch mal machen was zum teufel was zum teufel ich hab jetzt gerade echt überlegt ob ich die andere Waffe wechsel ich muss ihn retten hier unten was zum teufel das ist gemein ja ich hätte den schamanen mit dem zweiten schuss töten sollen dann hätte man nur mit drei gegner zu tun gehabt ok das kriegen wir aber noch mal hin so hier sind wir gespawnt ok komm komm dann mach mal hier halt immer noch voll ungewohnt dass die maus so rechts neben mir liegt voll ungewohnt dass die maus so rechts neben mir liegt Wollen wir das erstmal checken hier? Oh, wow, check this thing out, it must have crashed, look at this symbol on the side, it's like a star. Oh, wow. 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 Oh, wow.